Das war's für heute. Du bist endlich frei und ihr seid jetzt barmherzig. Wir können alles teilen, die Zeit hat sich geändert. Man lässt dir deine Meinung, aber pass auf, was du sagst. Man lässt dich sonst nicht rein, weil du nicht gefällst. Weil du nicht gefällst. Warum ist mein Land immer noch einfarbig? Wieso ist es grau, wieso nicht einfach bunt? Wieso hab ich mein Land nicht als solches anerkannt? Wieso werd ich noch gefragt? Wo liegt denn mein Ursprung? Ist es von Bedeutung? Wir sind Kinder dieser Erde, aber heimatlos. Wir sind Kinder dieser Erde, aber heimatlos. 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 Lenk ich meinen Blick auf die Kriege dieser Welt? Ist alles wirklich echt oder alles nur bestellt? Was ist denn der Grund, dass mich nicht interessiert? Wohin der Soldat auf seinem langen Weg marschiert? Wann ist das passiert? Wir sind Kinder dieser Erde, aber heimatlos. Wir sind Kinder dieser Erde, aber heimatlos. Wir sind Kinder dieser Erde, aber heimatlos. Kinder dieser Erde. Kinder dieser Erde, aber heimatlos. Wir sind 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 Kinder dieser Erde, aber heimatlos. Vielen Dank.